Nix. Ja, 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 ja. Frech werden hier noch. Wie viele waren es? Fünf? Nee, du hattest mehr. Acht, neun. Irgendwie so. Machen wir mal die Aufgabe. Die Mohnenbraut. Okay. Ich glaube, es ist ein sehr, was ich. Es ist sehr, Herr Ruhmann. Ja, das war es sehr. Heute hat er sich an Ihrem Lieblings. Für mich, ich habe jetzt einen schöpfen, für mich, die ich jetzt mit dem Begriffe. Sieht auch an Ihrem Lieblings-Kamau. Ich bin auch der Karte. Oh, das ist ein Schwerpunkt. Das ist doch sehr. Ich will etwas, um mich zu denken. Das ist so, dass der Chiba-Konimati-Konimati, der dich aufhörtert. äh, wer bist du denn jetzt? Warum hat der Angst vor ihr? Ähm... Oh! Das ist seine Versprochene? Ich weiß gar nicht, was er bei ihm gegen sie hat. Und versteckst du dich hinter uns? Hä? Wieso? Alter, lass mich doch da raus. Ich habe Angst vor ihr. Was? Könnt ihr nie wehtun. Ich werde gewinnen. Hä? Ja, wir sind völlig schon... Hä? Oh mein Gott, warum... Mann, Ryoma, ich hasse dich! Ist dein Ernst jetzt? Oh, hat der mich jetzt hier reingeritzt? Okay, ich habe Angst vor ihren Stab. Ich bin voll süß. Ja, aber jetzt kriege ich hier aus die Fresse wegen Ryoma! Ah! 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 Oh nein! Was ist das? Aua! Warte, ich wechsle die Waffe. Moment... Moment... Was? Was? Was macht die da gerade? Ist klar! Hör mal! Hör auf damit! Ich habe Angst! Ja, wo wird sie sie noch? Oh! Oh Gott! Hallo, Project! Ich schieße Wechselskin! Ich bin froh, dass du das nicht hast! Ich musste alle paar Tage ein paar Tage bei mir planen, weil das Schicksal meint... Ach, droppen wir einfach mal beisagen! Okay, das stelle ich mir sehr nervig vor, ja. Ähm, lauf hier nach rum, geht das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, was... Hä? Hä? Jetzt kriege ich nicht mal eine Info! Was soll denn das? Uns FK, okay. Mal sehen, das nervig, das stimmt. Äh, wenn es unbedingt sein muss, aber ich habe doch jetzt... Jetzt muss ich gegen die nächsten Kämpfen... Mit einem Rasiermesser auch nervenaufreibend... Ja gut, dagegen sage ich nichts... Ja gut, dagegen sage ich nichts... Ich weiß, egal ob ich es nicht proben. Es gibt dann noch manchmal zu sein. Anyway, ich hab schon, was das noch was auf mich. Ich bin da, ich habe, glaube ich weiß, nicht nur... Das ist ja, glaube ich. Ähm, 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 ähm... Ähm, ähm... Ähm, ähm, ähm... Oh-oh. jetzt weiter ich gehe mal rassieren das ist viel spaß eine hilfe ist von uns schutzbahn wertverspanns versprochen befehlen schul Twitch mag dich heute nicht glauben. Was ist das jetzt? Vor allem beide brasieren, oh ja, ich hasse es auch. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Baby. So drei neue Bindungen eingegangen. Ach du Scheiße, das Spiel macht mich fertig. So viele neue Leute. So, wo ist denn jetzt unser Ryoma abgehauen? Ich habe keine Ahnung, wo ist er jetzt hin? Oh, wie viele Missionen wir schon gemacht haben. Das wird die Aufgabe sein, ne? Oder? Aber sie ist wieder im Dojo. Hä? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Kalkleisten fühlen das. Ich fühle das mit. Ich will beim Blog was machen. Five. Ah ja. Mach das close. Ich freue mich mega auf Samstag. Da ist endlich mal wieder Animex in München, da wo es früher war. Oh, sehr nice. Ich wünsche dir schon mal viel Spaß. Was gehen im Sommer? Ist ja furchtbar. So. Ja, ja, ja. Hier ist die Aufgabe. Nee, du warst schon stark. Man muss sein Horizont erweitern, ich habe keine Ahnung. Oh Gott, so schön. Okay, gehen wir zu den Geishos. Das ist nicht gut. Aber ich hoffe, es hat sich wieder ein bisschen gelegt. Not gut. Okay. 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 Äh, wisch. Eine Lektion in Sachen Liebe. Ich wusste es wirklich nicht. Ich wusste nicht, dass er jetzt da ist. Ich weiß auch nicht, was er hat. Ich finde die jetzt auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, das ist. oh ja der anime ist sehr geil musik ja für alle katzen die in joshihara unterwegs sind fang mit sanna katzen okay sanna kommen wir suchen jetzt die pussis die projekte so kätzchen 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 wo ist hier das erste kätzchen da seid echt fanat in ihn und er haut immer ab bei ihr die armen und zweite katze ich hatte freitag und samstag katzenbesuch klingt ja gar nicht schlecht ich würde auch gern katzenbesuch haben aber allergie kätzchen leinging zieht öhrchen an miau die katzen habe ich nicht gemeint macht euch alles kaputt hier bitte beruhigen sie sich wo finde ich denn jetzt die andere katzen wahrscheinlich irgendwo auf dem dach guck mal da also doch die katzen wie die 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 Was juckt mich denn Liebesleben? Vergiss dich! Ah, ich habe zu machen, ja. Das ist aber Toxic. Er hat gelesen Staffel 2 für Fallout bestätigt? Oh cool, ich habe die Serie auch geschaut. Hier gibt es nur Hiebe, keine Liebe. Ich habe eine Vorlazsere, ja auf Amazon. Da nehme ich liebend gern seinen Platz ein. Was? Ja, dann klar. Warum nicht? Ja, ich meine es ja auch ernst. Ernsthaft? Du hast eine Katze gehört, alles gut. Oh, sehr geil Project. Hat es auch sehr gut gemacht. Entschuldigung. Was? Das ist die Idee. Ich bin der Lipp in der Lippe. Es ist wirklich ein really,ererster Ich habe mich am Schwerpunkt. Es ist so eine Ordnung, Erich. Ja, bitte schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Macht eigentlich die Allergie? Ach, es ist von Tag zu Tag anders, ne? Kommt leider auch immer auf das Wetter drauf an. Und wie der Wind gerade zu mir fliegt. So, Missionen, was haben wir denn? Mächtiger Soldat. Was nehmen wir jetzt? Die Aufgabe. Der Wind, der größte Fein und Freund zugleich, ja? Und Regen ist auch gut, oder? Regen ist sehr gut. Katze! Ich habe dich gefunden. Ich habe allergiefreundliches Wetter, hier schneit es. Sehr gut. Ich glaube, der ist noch am Schlafen hier. Ich habe gehört, dass es bald ganzjährig Pollen geben soll, wenn es noch wärmer wird. Musst du alles mies machen? Ist aber gut hier. Ah, weiß ich nicht. Oh, dass wir arbeiten müssen. So, wenn du hierhin hast, ist es nicht geholfen. Sonst, wenn du hierher- Das war's für mein Mann. ich kann die brenne stoppen ich kann es versuchen ich kann sie nur einen Spoiler ja Hallo Flo Hallo Flo! Denchutai! Besäge die Brandstifter. Optional besäge würdige Gegner. Was? Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ich zieh mal weiter und übrigens alles schöne Frisur. Dankeschön, Project. Und viel Spaß dir noch. Hm. Das war's für heute. Ich habe schwarze Haare, Musi. Hier ist... Da ist rot. Ich meine, bei mir waren es 30 Minuten, aber habt ihr auch sehr dunkle Haare. Von Notaus sind sehr dicke. Ja, ich würde so lang machen, wie auf der Packung steht. Ich habe auch sehr dunkle Haare, aber blondieren, das reicht 30 bis 40 Minuten. So wie sie auf der Packung halt steht. Ich würde nicht zu... Zu lange sollte man nicht machen. Also nicht drüber hinaus. Bis zum nächsten Mal! Ja, deine Haut kann auch darauf übel reagieren, wenn du es zu lange drauf hast. Deswegen schön aufpassen. Dankeschön, Animus. Ja, ich wollte nur mal austesten. Na? Ich habe ja gesagt, dass Liz schwarz stehen wird. Ja, hast du. Das ist echt ein sehr großes Gebiet. Das ist die ganze Zeit gegen die Wand gelaufen. Okay. Ist okay. Hallo, Danny. Oh, da sind auch ein paar drin. Äh. Ein Feuerteufel haben wir. Also, zwei. Oh, da sind wir. Oh, da sind wir. 2, 10. 2, 10. Ich hab Klöten verstanden. Okay. 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 Miau, miau. Was ist denn hier eine Katze? Ach, da oben. Bietze-Katze. Komm da irgendwie nicht hoch. Bietze-Katze. 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 Ich gehe noch ein bisschen was arbeiten. Bis später, okay. So, ich wollte mal die Waffen wieder wechseln. Und zwar die hier. Was könnte ich denn Schönes nehmen? 391 Schaden. Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich die... Wie gefällt die mir? Boah, das ist sogar so... Wie so eine Segel. Wie so eine Segel. Sei doch eine Sp Brenz. Wie so ein B-W-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V. Wauw! Cloud lässt grüßen. Da würde ich aber flitzen, das sage ich dir. Nein, ich komme da nicht hoch. Dung, Dung, Dung. Ah, man kann auch weiter hier hoch. Geil. Was macht hier solche Geräusche? Egal, ich hole mir jetzt erstmal die Katze. So, wir retten dich mal hier. Schön mitkommen. Was ist zum Zweifel halt los? Ich weiß es nicht, wir kommen zurück. Wenn du davon getroffen bist, merkst du nicht mehr fehlt. Nee, da ist es vorbei. Ich hoffe, wir haben jetzt alle Katzen. Also ich habe nur die eine gehört. Na gut. Irgendwo höre ich noch jemanden. Die hier. Die hier halb verrickend. Aber ich muss ja anscheinend irgendwie da rein. Aber ich komme hier nicht rein. Dann ist bestimmt auch ein Weg oben bei uns bereit. Denke ich mal. Oh mein Gott, warte mal. Ja, wo ist der? Hä? Hängt der in der Luft? What? Ich habe ihn aus... Aus... Was? Hä? Der ist tot. Ja, moin. Aber so spiegeljützelt. Yep. Hallo. Hallo. Oh, ich gehe mal da rein. Ich glaube, das ist nicht so gut, aber... Der Typ mit dem Bannhammer ist da. Ja? Aber warum müsst ihr denn immer so scheiße nervig sein? Nein. Ich binher. Ja. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.